Ihr habt beide das gleiche an. Ihr seht aus wie optische Täuschung. Hallo! Welcome to our crib! Paula und ich sind hier gerade in L.A. und wir dachten, wir geben euch eine richtig coole Haustour bzw. Bogenstour. Komm rein! Ich habe erstmal schöne Ausdruck. Wir sind hier an unserem Gäste-WC. Und wir haben beschlossen, dass das das WC wird, wo wir die großen Geschäfte erledigen. Wir haben hier Seife, Handtücher und eine Toilette. Die Toiletten sind voll krass. Es funktioniert! Achso, übrigens, falls euch das nicht aufgefallen ist. Wir haben Handtücher an Victoria's Secret. Genau, dann kommen wir hier zu unserem... Oh! Ja, wasch... Wow! Ey, ist voll die krasse Waschmaschine! Da passe ich locker rein! Ähm, das ist das Wohnzimmer. Was haben wir hier alles, Paula? Wir haben hier... Ey, der ist voll warm! Ey, der ist gerade so richtig toll! Ähm, richtig krass im Fernseher. Wir schauen heute Abend die schönen Rispies. Ja! Und dann werden wir auf unserem riesengroßen Sofa einschlafen. Weil es hier ist! Wuhuuu! Achso, ich dachte... Achso, wir sprechen jetzt! Ja! Hey, das ist gut! Das ist Spaß! Also, wenn der Typ sonst lebt, würde er was mit seinem Sofa machen! Wie ist das? Ey! Kannst du was machen? Das hat man noch... Kann regnen! Ja! Hey, man kann aber nicht wieder hochziehen! Ist toll! Ja! Ich liebe es dir! Ein wunderschön Glastisch haben wir hier auch! Den haben wir selber gebaut! Nee, den haben wir selber gebaut! Den haben wir selber gebaut! Achso, echt? Ähm, wir gehen mal in die Küche! Was passiert? Oh nein! Wie ist das passiert? Und... Oh! Hier kommen wir dann zu unserer Küche! Komm rein! Also, wir haben hier eine Kaffeemaschine! Oh mein Gott, das will ich auch haben für zuhause! Boah, das ist geil! Das ist richtig schön! Verkauf ich nicht, aber ich will es auch haben! Wir haben hier einen sehr großen Haustahl! Kornklicks! Chips, Chips, Chips! Schokolade, Schokolade! Kaffee! So was ist das? E, was ist das? E, was ist das? Lecker! Ach, ich glaube das wäre eine Banane! Du hast ihn gesagt! Lecker! Wasser ist auch wichtig! Oh, auf eine geschwürdige Maschine! Wir haben einen Kühlschrank! Lass mal gucken, was im Kühlschrank drin ist! Oh mein Gott! Das ist so viel drin! Ähm, hey guck mal was das ist! Signature Dark Chocolate! Oh, ich hasse dunkle Schokolade! Ist auch nur noch zwei drin? Ja! Wir lassen nur noch zwei drin! Man isst die auch! Ähm, Eier! Und so weiter! Ich bin grad so traurig! Wegen! 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 Hier haben wir unser zweites Kamin! Damit wenn wir essen nicht frieren! Ey, das ist so schön, dass wir auch so einen Kamin haben! Voll! Vor allem, es sieht so echt aus! Dabei ist es nur nicht mehr echtes Holz! Glaube ich! Das ist unser Esstisch! Mit unserem Manager! Hier kommen wir schon auch in mein Zimmer! Wir haben hier vom Benefit einmal unsere Robe geklaut! Und du musst mal unsere Kissen zeigen! Oh! Hast du dich hier schon mal drauf gesetzt? Ne! Setz dich mal drauf, bitte! Ach, das sinkt so ein! Ey, warte! Das ist so ganz langsam! Ja, aber das ist nicht so geil! Das ist gespürt geil! Man merkt das gar... Und egal, wo du dich hin... Oh mein Gott, ich feier was! Ey, ich werd heute Nacht so gut schlafen! So krass! Hier ist unsere Benefit-Robe! Let's nuggle! So, ich trag die jetzt durch die Boden! Der Benefit-Robe! Bad Nummer 1! Ey, hier ist ein Secret-Schrank-Annex! Das ist, ähm, mein Bad! Sorry, ja! Auch mit einer Toilette, einer Dusche! Ey, du hast für das geilere Bad! Ähm, ja! Und dann gehen wir auch schon in Paulas Bereich! Jetzt ist sie dran! Oh! Oh Gott! And welcome! Ey, ich mag heute die verschwiegelten Möbel, die sind richtig schön! Ja, ich will das gerne mit! Können wir das mitnehmen? So wie die Kissen von Benefit! Können wir das mitnehmen? So wie die Kissen von Benefit! Ey, die sind super cool! Nein! Unser Bett ist nicht so! Ja stimmt, euer Bett ist anders! Könnt ihr heute trotzdem gut schlafen? Wir müssen trotzdem tauschen! Stimmt! Wie tauschen? Nein, Spaß! Jetzt? Leute! Das ist krass! Mein Badezimmer ist nicht so heftig! Alter, das ist so krass! Ich feier den Whirlpool und diese Dusche! Ja, die Dusche ist nice! Ja! Da hat jemand seine Spiele-Zeug vergessen! Ich rette dich! So krass! Ich mag diesen Teppich hier voll! Der gibt's voll noch! Der ist richtig reich! Und jetzt zeigen wir euch die Abstellkammer noch! Von Stila? Ja! Ach stimmt! Du hast den Bronzer geholt! Mit Paula shoppen zu gehen! Warum schieben das immer alle auf mich? Nein, Spaß! Ich hab's aber gelernt zu verkaufen! Ich find's voll krass wie riesig die Fernseher sind! Ja! Ich liebe diese Verspiegeltübe! Weil ich will die... Ist das schwer? Krieg ich das über die Zoll? Krieg ich das über die Zoll? Krieg ich das über die Zoll? Kriegst du das überhaupt angehoben? Was? Nichts? Ja! Und das ist das Arbeitszimmer! Ja! Warte mal! Das ist eine Luftmatratze, oder? Aber die ist trotzdem gemütlich! Okay! Das war nun unsere Tour! Wir hoffen sehr, sie hat euch gefallen! Schaut auf jeden Fall auf Paulos Kanal vorbei! Und ja, wir würden sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über den Daumen nach oben freuen! Und ansonsten werden wir versuchen jetzt die nächsten Tage zu genießen! Es regnet ein bisschen! Aber bis dahin! Ciao! Lass dir hier so ein Abo doch! Achso, ja genau! Ciao!